Musik 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 Ja, herzlich willkommen Jetzt kommen wir zurück zu Let's Play Ja Da Und heute wollen wir auch ein Spiel mit dir spielen Ja Ja, wie letzte Saison Ey, ich will es nicht auch mehr entschweigen Willkommen zum Saisonfinale Die letzten vier Spieler Äh, das hat das nicht so gepasst, finde ich Ja, aber die letzten vier Spieler Auf jeden Fall Hm, Finale, ja Ja Jetzt geht es um alles, Alter Oder nichts Ja, um alles Jetzt geht es um die Bockwurst Äh, ja Das lassen wir mal einfach so stehen, wa Es heißt, wir mal Daumen drücken, Jungs und Mädels Ja, wir spielen heute wieder zu Hause gegen Hoffenheim Äh, ich würde sagen Abhebt wie wurscht Der Schieber ist wieder da Nach der Verletzung Der sieht so kack aus Er sieht so kack aus Hehehe Ok, auf geht's Meiner habe ich Was? Ich habe gesagt Meiner habe ich Meier Meier? Meier? Was für Meier? Ja Ja, wenn ich den Ball habe Ok, da hast du ihn Aber nicht mit einem Verteidiger Geht Hey Schulz, Alter Der kann alles Am Ball Ok, Stocker nicht Hab ich Jo, hab ich gesehen Über die Außen Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein Was? Deine Mutter ist abseits, ey Vom Strich Äh, was? Kontinuus, bitte Ja, weiter kann man nicht ran Ok, Junge Ja, guck mal, hast du nicht gespielt, ja? Merkst du was? Aber, äh, Giuseppe spielt heute leider nicht Giuseppe spielt wie Flasche leer Ja Nein, jetzt nicht mehr Ja, sauber, Alter Hm? Ja Was? Das ist nicht dein Urni, Alter Älter, wo hast du denn Urni um den Berg gelassen, Alter? Nein Habe ich Ja, weiß ich Ja, weiß ich Unten bin ich Ich weiß Jetzt nicht mehr Jetzt aber Ach, was ist los, Stocker, ey? Du bist so eine Flasche leer, ey Ja, Mann, ich hab doch schon gesehen, halt da Ich würd' doch nur sagen, dass ich da bin, Mann Mit der Erke, ey Ich bin da, eh, hoch Das ist ja Ja, ich muss nicht mehr Ich glaube, ich fühle mich Die Erke, die Erke, die Erke, die Erke und sich Die Erke, die Erke, die Erke, die Erke und sich wir haben die erste duftmarke gesetzt schade ich habe ich habe die schade ich habe 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 das ist einfach ein bisschen spaß haben ja ein bisschen spaß muss sein dann ist die welt voller so ein paar keine ahnung künstlich nicht mehr so gut ein bisschen spaß muss sein dann ist die welt voller ein bisschen ein bisschen ein bisschen spaß muss sein ein lachen was klappen aber nicht und dort steht genau dort steht tritt Nummer 17 ein paar Minuten sie in Verkürzung mit dem das habe ich auch abgespielt die schlechte Annahme das war ein schlechter Pass aber egal sie kämpft einer für den anderen ein paar ein paar fast die erholt aber nicht fast Schießereine. Hä? Was ist denn das gerade? Oh, oh. Nach unten, genau. Geh nach unten. Jetzt rein in den Schraffraum. Schießen. Ah, schade. Schön gemacht. So belegte Zähne. So belegte Zähne. Wieso, Peter? Entschuldigung. Habe Froschen heizt. Boah. Ja. So, hier über hier. Eier, wir brauchen Eier. Wir müssen 100. Boah. Okay. Alter, Schiri. Komm mal klar mit deinem Leben, ey. Sonst nehme ich dieses Leben, ey. Oh, Mann. War Spaß. Nein, nein, war kein Spaß. Tut mir leid, das war nicht so nett. Das war bitterer Ernst. Nein, 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 nein. So was sagt man nicht. Ganz ehrlich. Oh, 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 schade. Wie kommt denn der da noch ran, ey. Ganz ehrlich, ey. Da hab ich erst aufgepasst und dann, ja, war der weg wieder. Richtig geil, ey. Richtig geil. Finde ich richtig Knorkel, ey. Ich wollte gerade wegschießen, ey. Ja, weiter, weiter, weiter. Da läuft er, da läuft er, da läuft er. Der läuft noch ein bisschen. So? Ja. Und dann hättest du auch rüberspielen können. Ja, zu spät gesehen. Gehst du schon, ne? Ne. Ego. 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 Ein auf Ego. Nicht wollten mit Ausrüst in die langen Ecke ziehen. Aber meistens klappt das endlich. Na, könnte ich jetzt mal machen. Ganz ehrlich. Ja, drücken Spaß. Ja, hallo. Ich hatte eine Millisekunde Zeit, älter. Kannst du gleich Pass drücken. Ey, ja. Soll ich dir jetzt erst mal aufziehen, wenn du Pass kannst? Ja. Okay, mach ich. Okay. Pass. 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 Achso, hab ich schon gemacht. Mann, ja. Ist doch okay. Ich bin nicht schlecht. Ja, sagt sie eh die Folge. Ist egal. Ich bin trotzdem nicht schlecht. Immer beim... Oh. Was denn da los? Oh, oh. Hab ich gar nicht gesehen, gerade in der Halbzeit. Ist die Gertchen schon? Ne. Ist nicht. Ist die Strecker. Der Strecker. Aber er kann noch. Es geht noch. Pass. Ja, mach's doch. Ja. Ja, das ist ja... Da brauchst du mir nicht Pass sagen. Oh. 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 Jetzt musst du dir nurd, dem du merkst auswärts. Hä? Ja, ge- Ja. Das mein ich doch, äter. Du kriegst gar nichts mehr mit, oder? Hä? Es ist doch beschiss, äter. Er blockt mich ab, ja. Hä? Ego! Ne, das war... Ne! Klar, ich war hinter dir! Alleine! Ja, aber wenn ich hier durchgekommen wäre, dann wäre ich noch freier gewesen! Freier? Paul Freier? Da hätte ich 2 ans Spielmöglichkeiten gehabt! Ich muss auf das Team denken, Alter! Warum denkst du nicht dran, mal auszuwechseln? Warum denkst du nicht dran, mal auszuwechseln? Jetzt! Hammer! Jetzt! Jetzt! Ich bin doch gleich alleine, ey! Ich bin doch gleich alleine, ey! Ja, wechsel mal aus, jetzt Stricker hier! Wir haben keinen! Oh, nee, ja doch! Obwohl, ja, gut spielt! Oh, Mann, ey! Das sind wie schlechte Trainer, ey! Das sind wie schlechte Trainer, ey! Oh, nee, ja doch! Nee, noch nicht! Nee, noch nicht! Ist jetzt 53. So, Abschluss! Nee, doch nicht! Nee, eigentlich kann man das sagen! Ja, ich weiß! Ich bin der schlimmste... ...Spieler... Ja, du bist doch kein Spieler, du bist doch Hüter! Ja! Asse! Ja, der ist auf einmal komisch gelaufen, der Computer! Hat auch so mit! Nee! Wollte ich auch ganz schön einen, ich hab nach unten gepasst, aber... Ja, dann machen! Vielfach, ne? Ist ja egal, ey! Ist bei mir momentan auch so! Ja klar, ich hab nicht mal Zeit, den Ball anzunehmen! Was ist denn los, ey? Schon wieder Vorteil für die, ey! Was ist denn das hier? So! Nee, jetzt gibt's doch nicht... Er kommt doch nicht durch, ey! Das kann nicht wahr sein, ey! ... Unser! Unser! Ja, er kriegt ihn noch! Ist klar, ey! Ah, schade! Ey, das gibt's nicht, ey! Ich bin wieder zurück. Ah, schau. Man kann ja nicht fangen, ob man den Ball annehmen. Sind sie schon am Ball dran. Ist egal, weiter. Wir ziehen jetzt hier durch, Alter. Ey, da pfeift der nicht, war? Ganz... Oh, Kraft. Kraft, super, Alter. Oh, Mann. Ey, oft kritisiert, heute top, Alter. Okay, das war wieder blöd gemacht von Kraft. Erst rein, dann raus und dann haben wir... Erst raus, dann rein. Okay. 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 Was? Was ich an mir gehen? Naja. Ey, das gibt's doch nicht. sie so wenn man so schön nicht sehr schön Ah, nein, wir hätten auch absetzten können. Sehr gut. Und wie bräuchten wir mal einen Konterstürmer? Genauso. Und jetzt. Und jetzt. Bitte. Bitte. Nein. Jetzt aber. Ah, Mann, Alter. Das gibt es doch nicht. Warum kriegt er die nicht darüber? Nein, scheiße. Tut mir leid. Das haben wir einfach nicht. Hä? Wir hatten auch den Ball. Was pfeift da faul für die? Mann, ey. Wenn schon, dann schon faul für die. Äh, für mit uns. Wir hatten den Ball. Nein. Ja, weiter. Och. Schön. Unten? Unten? Ja, ja. Ich habe es gesehen, aber ich muss auch erst mal annehmen. Ja, alles gut. Das dauert immer ein bisschen. Ja. Bei den Hins. Vorkommen. Alter! Was? Ey. Hast du? Ja. So. Doppelpass. Oder nee. Mitte. Genau. Genau, drehe ich mal. Nein. Ich dachte, ich komme da durch. Ich dachte, ich komme da durch. Nein. Ich habe zurückgepasst. Wirklich. Ich habe in die Mitte gepasst. Alter, Alter, Alter. Habe ich. Ach, egal. Ist egal. Wir haben mit dem Unnchen gerechnet, ne? Ich komme, egal. Wir waren die bessere Mannschaft, aber irgendwie wollte das nicht so sein, wie es soll. Jetzt haben wir auf jeden Fall so viele Punkte wie in der letzten Saison. Und wir haben noch drei Spiele gezeigt, das zu verbessern. Ja. Ja, okay. Das ist ein bisschen mager, wa? 2 zu 1 Torschüsse. Ist ein bisschen mager. Aber konsequent, ja. Hätte vielleicht ein Sieg drin sein können. Aber in Unnchen können wir nicht meckern, ganz ehrlich. Elf da, ein Platz vorher. Also ein Platz besser als letzte Saison auf jeden Fall. Noch. Achso, ja. Ich sehe gerade. Wir werden mal ein bisschen weitermachen. So. Ja, immer noch Elf da. Ist okay. Ist okay. Nach vorne können wir auch nicht mehr kommen, wirklich. Einfach zocken, nächstes Mal. Gegen Nürnberg. Jo. So sieht es aus. Nochmal die Tabelle. Zum Gucken. Schönen Tag noch. Genau. Und dann gegen Nürnberg. Tja, wir schaffen es. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.